Für mich ist die Zukunft der Hochschule, dass es nicht mehr eben nur die Lehrmaßnahmen gibt, die es momentan gibt mit einer Frontallehre, sondern für mich ist die Zukunft der Hochschule, dass Studenten aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammenkommen, gemeinsam in Projekten lernen, gemeinsam auch vielleicht mit den Bürgern lernen, noch mehr die Rolle der Hochschule als wirklich Zukunftswegweiser für unsere Gesellschaft mit integrieren, dass ich natürlich Wissensvermittlung bekomme in verschiedensten Themenbereichen, aber gleichzeitig auch über alle Disziplinen hinweg die Studenten für gesellschaftliches Engagement sensibilisiere, aktiviere, begeister und dementsprechend auch noch die Hochschule als wesentlich größeren, offeneren und freieren Raum sehe, in dem man sich entfalten kann und zwar nicht nur in der Disziplin, die man sich ausgesucht hat, sondern auch wirklich in dem Übergreifenden, was nämlich das gesellschaftliche Engagement für mich bedeutet, sieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.